Was dann machst du, das schaffe ich eh nicht. Das ist ja auch YOLO. Kannst du nicht, ich bin aber zu blöd dazu. Warum, das geht doch einfach. Ja, du sprichst, weil du nicht direkt weiter gehst. Du drehst dich wieder um und denkst, ja. Ach, sehr ruhig. Oh, was ist das? Ach ja. Was war das? Na, ich war zu weit hinten. Da hatte ich keine Auflagefläche mehr. Hast du. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nimm mal diese Auflagefläche. Aber so ging die Zeit kurz, aber man kann mehr Leben verbrauchen. Ja. Kriegst du? Leck. Egal. Drei Leben nur noch, ich noch fünf. Ja. Sollte gleich mal ein paar Leben nachholen. Oder auch nicht. Ja. Na. Was? Wie? Warum? Hm. Weshalb wieso, warum? Ach nicht. Bist du dumm? Ja. Da. Sed'now probiert's auf den ruhigen Gang. irgendwie schaffe ich das besser ist auch nicht deine option das timing zu nutzen ich hab hier mal stehen ich habe dich bewegt das ist dauerhaft dumm ist ab und zu ist das extrem scheiße ich glaube ich dachte ich habe nämlich flügel bekommen jetzt ganz schnell ganz schnell ganz schnell kannst du noch ich war es nicht war mein controller ich habe nie die macht darüber meine hände machen es der pilz bringt die eh nix mir doch egal mir doch egal mir doch egal wieso bringt dann nichts weil du den irgendwo verlierst und dann glitsch das und dann glitsch dir wieder in der fetten sonne rum hör auf warte noch mal eine runde hätte ich springen können ne hätte ich nicht jetzt leckst du leckt ja na kackt auf der sonne in der luft stoppen jetzt kann ich zu früh sag nicht ich bin nein ja kleinen tick zu das reicht an leben für mich zentos warum machst du das ich habe ja nur ein leben oder nicht käme über gleich ist ja nicht mein problem doch nö ach weil wir uns definitiv nicht schaffen sollen wird dass du nach warum ich habe kein bock mehr tschüss machst du tschüss hä machst du tschüss ich sag einfach nur tschüss machen du so zurückgehen willst du schon mal ein save machen oder was wieso jetzt doch noch nicht probier's bestimmt schon mal der ersten schuld kräfte aber ja auch schon die vermutung kostbare zeit verloren gegangen ich möchte mir wo war das timing aber ich habe es geschafft wie es mal geht ja aber trotzdem werde ich bestimmt wieder verkacken alter muss das sein ich glaube ich muss einmal hoch springen und dann geht er kann ich drunter gehen die zehn leben noch gereicht müssen vollkommen gereicht speichert ähnlich durchlaufen müssen gibt ja eh nur ein leben die bringt zwei sind nämlich drei leben mehr statt 1 jetzt kann ich mir leben verspenden die leck verpiste ich doch einfach mensch man soll ich weitermachen will der leck kann mich nicht vom spiel abhängen ach so lässt mich jetzt mit dem level allein ist klar hast du keine lust mehr auf das level ich will das mal wieder probieren kannst du jetzt selber leben holen ach so leck doch nicht du arsch doch leckt aber aber wie wieder ab knusper knusper irgendwie war so oft wenn sie tackle H vont w et und jetzt muss ich springen jetzt die frage willst du den fertig machen ich glaube du musst zweimal spielen was mache ich denn da für eine kacke weiß ich nicht die muss jetzt und auf die nächsten drauf springen wo ist tot als maulflash du bist so ein arsch immer zu mir aber glück selbst geschafft jetzt beim ersten mal resten ohr schon da glaube ich rauf jetzt gerade nicht gesehen musste zu meinem mülleimer greifen aber wenn man dahinten lang geht was bringt das sein weiß ich nicht aber man kommt doch da gar nicht weiter weiß ich nicht wo land ich ein übernicht in den ständen aber da ist ja schon mal gut kannst du auch jetzt ausprobieren können wenn du dahinter gegangen wäre es kann ich eigentlich machen das stimmt gleich ist noch der letzte part du hast gerade irgendwas anders gemacht jetzt kannst du glaube ich das kannst du nicht nochmal machen deswegen kann man nicht nochmal machen wenn normales da kam ran zu ruhig zu bald burgi kommt